Geschätzte Kunden, herzlich willkommen in den Halden, einem Aussenstandort der Merzgruppe, das Einkaufsparadies für alle Garten- und Landschaftsbauer. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Aberle und ich bin der Verantwortlichen des Werkplatzes Thurgi. Christian, wir sind hier in der Steinecke. Was bieten wir hier an? Wir haben verschiedenfarbige Steine wie der schwarz-weiss, den Alpenkalk in allen Grössen und hier haben wir den Jurakalk, den Gäli auch in allen Grössen. Andere Farben, andere Produkte gibt es auch? Das haben wir auch, das kann ich dir auch noch zeigen. Ich sehe hier hinten etwas Grünes. Genau, hier haben wir den Anderegranit und hinter dem Haufen haben wir den Schwarzwaldgranit auch in allen Grössen. Und ich gehe davon aus, dass alles andere auch beschaffen kann. Richtig, alles auf Anfrage. Das ist eine ganz spezielle Ecke, wo wir hier sind. Ich sehe hier viele Substrate. Was bieten wir hier an? Hier haben wir ein Pflanzsubstrat, das 016er. Dann haben wir auf der linken Seite ein Bämsubstrat, 032er. Und ganz vorne ist noch ein Ziegelsubstrat. Die Substrate sind unter Dach. Hat das eine Bedeutung? Das hat eine Bedeutung, wegen dem Regen, dass sie schön trocken sind. Nicht, dass sie noch kaputt gehen können. Gut. Christian, hier sehen wir zwei Produkte, die ganz klassisch sind für den Garten- und Landschaftsbau. Jawohl. Hier haben wir den Splitt 3-6mm. Und hier haben wir Strassenkies 0-32mm gebrochen. Wir freuen uns auf euren Besuch. Bis bald in der Hall der Thurgi. Faktor Park Frage Untertitelung des ZDF, 2020